Aber als ich mich gerade überlege, warum speichert es eigentlich unseren Potsch und nicht? Aber eigentlich gibt es doch diese Speicherpunkte automatisch immer. Hm, keine Ahnung. Also wenn ich es richtig übersetzt habe, kann man, gibt es keine Speicherpunkte, aber diese Safe-Room, also diese Räume, sage ich mal, da kann man auswählen, ab wo man spielen will. Ach ja, du kannst ja am Anfang sagen, Hotel, Lobby, oder? Das war schon wieder so leise mit mir. Echt jetzt? Warum macht der das denn ständig? Ja, jetzt. So, jetzt, Entschuldigung. Du kannst ja am Anfang, bei diesem Startbildschirm, kannst du ja, steht irgendwas mit Hotel Lobby oder so, dass man da vielleicht dann den anderen Ort auswählen kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich gucke jetzt F3 und dann nimmt er theoretisch auf. Theoretisch. Häuser verbarrikadieren. Hm. Und mein Mann guckt mich dann mit dem Auto nicht schön. Guck ich jetzt F3 und dann nimmt er theoretisch auf. Auf offizielle Anweisungen warten. Das ist mein Kevin-Wenn-Stream-Anweis. Ich kann halt so oft gar nicht kontrollieren, aber das macht er ja nicht groß. Das ist meine Anweisung, Baby. Auskopfdaten. Bei uns geht das, oh, bei uns wundern ich nicht. Das war eine echt schöne Gegend. Shit. Was war das? Hohle weg! Okay. Ach, scheiße, jetzt muss ich ja über... Wir stecken hier echt müstlich tief in der Scheiße. Thomas! Wer zur Hölle packt ein Evakuierungszentrum in den verdammten 30. Stock? Denkt positiv. Vielleicht ist der Helion aus Schokolade. Ich spiele Tonspur von dir. Wenn du willst, dass ich das aufnehme. Warum ist hier niemand? Hallo? Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Aber wenn ich das jetzt umstelle, dann ist das... Sie sollten uns doch retten! Ich glaube, es gab wohl eine Planänderung. Feuer einsteigen! Nee, deswegen nutze ich einfach nur den Scheiß auf, wenn ich mich aufgenommen habe. Ich habe es erwischt! Was will ich denn mit Left 4D? Also egal. Wir nehmen das so gut schon. Wir sehen ja dann, was wir rauskommen. Mal, wenn wir jetzt spielen. Na, wo soll ich halt das auch vor Ort nach... ...hast? Ja, dann ist das jetzt auch so eine einzige Variante. Weil wenn ich jetzt auch dieses Spiele... ... ich weiß, was wir da eingestellt haben. ... umstelle, damit auch der Spiele-Sound mit drauf ist, dann haut es mir das ja alles in die Uhr, weil ich das ja gar nicht umstellen kann. Weil ich ja auch immer von diesen 100 Tonspuren das jetzt war. Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Oh. Ich bin nicht so weit gekommen. ... um jetzt zu verrennen. Ich habe noch keinerlei Erfolge in dem Spiel. So, dann lade ich euch doch einfach mal ein. Zack. Joa. Ähm. Ich will mir gerade so ein. Wenn du aufs Spiel beitreten... Ich habe dich gar nicht in meine Freundesliste. Ich kann auch hier aufs Spiel beitreten drücken. In unserem Spiel beitreten. Ja. Hä? Du kannst hier nicht in unserem Spiel beitreten. Natürlich, das ist doch insane. Ich bin mit dir befreundet im Gegensatz zu mir. Warum auch immer. Das macht gar keinen Sinn. Komisch. Nimm, tritt halt ein vorbei. Habe ich schon gemacht. So. Habe ich schon gedacht. Wenn es nicht läuft, dann flähen wir einfach den Coach, okay? Sieht auch echt lustig aus. Hauptrollen Coach, Zane, Sassnelin und Royal. Geile Namen. Ich finde es auch gut, damit es im Spiel meine Krone zeigt. Like a boss. Hey! Kommt zurück! Kommt zurück! Ach, er kommt doch nicht zurück. Der Rubschrauber fliegt wohl zum Evakuierungszentrum. Warst wohl recht los, wir gehen auch zum Einkaufszentrum. Jeder greift sich eine Waffe. Werden wir brauchen. Hab ich im Morin. So. Oh, wie schalt man dann mal auf Pistole um? Mit dem Ausrat einfach. Ich hab keine Pistole mehr. Wo ist die jetzt hingeschmissen? Egal. Ich freu mich schon mal auf. Wow. Wow. Hoppa. Hoppa. Oh man. Außer nur, wird doch nichts mehr übrig. Noch mehr Zombies zum Veraxen. Ne, ich kann die Pistole echt nicht aufnehmen. Also ich kann die schon, aber dann kann ich die andere Waffe nicht mehr aufnehmen. Ja, sind Waffen. Oh. Adrenalinschuss. Gewehre. Soll die Anzüge. Fühlt sich gut an. Feuer breitet sich aus. Oh. Die Anzüge. Da 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 Oh Wow Ja gut die Zombies springen schon von selber runter Adrenalinschuss! Nioh Ich hör irgendwie nichts mehr weil ich Adrenalin drin hab Und da ist nichts Hier ist ne Flasche mit Kotze Oh nein Also hier liegt noch ein bisschen Kotze falls ihr ihn aufnehmen will Oh ihr müsst mich hier hochziehen Ich bin oben Wow Ah schnell für dir Das war aber echt knapp Achtung säure nicht reinreden Sonst sinds böse Also ich komm nicht durch die Achtung Was? Neh den Maul Ja hab ich gerade gesehen Das war's gut Das war's gut Oh Oh Das soll so an sich machen Nein Ich bin gefangen Ah Das ist so an sich So an sich Nein Ich bin runter Hilfe Ich bin mitten im Fall nachgeladen Ich bin mitten im Fall nachgeladen Warte kurz Warte kurz Hört ihr mich jetzt wieder? Ja Ja Ach Gott Jedenfalls habe ich gesagt Ich verstehe das mit der Kotze nicht Weil die lockt doch eigentlich alle an Ja da müssten wir da so ne So ne So ne Na so ne Art Bombe Ich wollte nicht Ich kann echt nur eine Pistole tragen Also ich hab zwei Pistolen Angeber Das ist ja gerade so aus dass er sein T-Shirt auszieht Hauptsache du hast Spaß Ja Sie kommen Hier liegt ne Maschinenpistole falls es jemandem passiert Ja, der Gang ist nicht schlecht Ja Ich bin froh da auch schon langsam nieder Oha Nn Weg Keine Ahnung Absolut keine Ahnung Gut Scheiße Nope Ups Jetzt nen Elektroschocker Können wir uns wieder beleben können Einen hab ich dabei Glaube ich Ja Ja den mag schon den kann ich den aufnehmen Arrenalin schon Arrenalin schon Wir sind am Feuer vorbei Arrenalin schon Arrenalin schon Arrenalin schon Arrenalin schon Arrenalin schon Arrenalin schon Na toll Na toll Aber die geht ins Feuer, Digga Ja, hat mich da voll reingehört Wie soll ich sie denn hochhalten, wenn du Was soll'n das Scheiße Jetzt verleckt die beide, was soll'n das Du bist nicht da hoch Ja, kann ich dir irgendjemand Ja, du bist lustig Ich bin tot Jetzt bin ich auch tot Das war ne Scheißidee Dass man ihn auch nicht wegkriegen kann oder so, ne? Scheiße Ja, okay, tschüss, danke Geile, komische, tschuldige Nein, nein Ich bin gefangen Hahaha Ach so Fuck 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 Ich sterbe, glaub ich Ich kann hier nichts machen Ja, ja, du schützt auf jeden Fall Genauso wie wir In den Flammen Oh, auch schön Oh, sah aber gut aus Hä, ich kann gegen jetzt rückstoßen Mit rechtem Austausch, aber das passiert halt nichts Na gut Ja, dann halt nochmal Falls es so schön war Heimer mit Profis Ich konnte da echt nichts Oh, schiebt er mich da echt in das Feuer rein Das wohl reicht los, wir gehen auch zum Einkaufszentrum Ich glaub da unten geht rund Nehmt Baffen Wie nehmt ihr denn diese... Vergiss es, ich hab's Mit E Ja, precis, danke Ich konnte beim letzten Mal dieses Medikit nicht einsammeln Oh, die waren nicht so breit an der Tür Ja Ja, irgendeiner muss sich in den Arsch retten Alter, ich metzel hier 20 Zombies weg Mhm Und freck schon Feuer Weil ich Marvin retten wollte Also erst Coach, dann Marvin Aber es hat gar nicht funktioniert Ja man, nur mal hier die Tür zu Ganz klar Hehehe Will man einmal ungestört sein Nein Nein Mhm, der will nicht ein, ne Ja, der, der Dicke ist schon bei mir Achtung Lade nach Okay, jetzt brauchen wir Machst du das selber kaputt, gegenseitig Kommt ihr auch mal, ja? Ja Wohin überhaupt Ich hab absolut keine Ahnung Ich hab noch grad schon wieder so ne Horde platt gemacht Boah, jetzt hab ich ne fitte Magne Ja genau, da ist das Feuer Und jetzt müssen wir auf eine Warte Angegen Garne, gerne Ich find's nur gut, dass man seine Verbündeten nicht verletzen kann mit den Waffen Aber es steht dran, es soll sie nicht verletzen Okay Dann Tut's mir leid, wenn ich dir wehgetan hab Boah, das hab ich so'n fette Dessertiegel hier Ah, da fängt er mir einer Ja, was isst du, Held? Wieso hilfst du mir nicht? Ja doch, man kann einem weh tun Danke Erst mich nicht retten, weißt du? Sondern mich nicht drehen lassen Und dann noch auf den Schieß und du bist mir einer echt Ach genau, da will ich mich grad heilen Wie das so Oh scheiße, äh Hilfe Ja, ich komm ja schon Ja okay, sorry Das wird uns mit heilen beschäftigt Ich hab umschalten müssen, ich war schon fast durch So Jetzt geht's weiter Coach tastet mich ab Hier ist ein Defibrillator Ah Ja der nützt uns im Feuer auch nix Kann mich jemand decken? Versuch mich zu heilen Er geht nur hin, Kevin im Feuer Ich lauf einfach schon mal weiter, ne? Hast den jetzt eingepackt? Jo Gut Ich hab mich kurz geheilt und dann eingepackt Du Fuchs, du Lade nach Lade nach Ah So was? Ich mach die Tür auf Marvin, der verreckt das mit den Flanken Ah Hallo? Es hüpft nicht Es hängt fest Jetzt ist es Oha Denn draußen da, verreck ich grad Ah sorry, abgerutscht Lade nach Du rutscht ab und ich schieß auf dich Toll Töt mich halt einfach gleich, weißt du Schubs mich runter Hier drinnen ist ne Kettensäge Nein Die Kettensäge Und nen Baseballschläger Alter Kettensäge Ihr Lappen Au Ich hab als ich schon kaum leben Ja ich hab noch so nen Medikit aufm Rücken Wusstest du denn? Nein, mach mal gucken Oh Ich seh nix Entschuldigung Ich hab ihn weggezählt Ja bleib halt stehen Kann ich dich nicht auch heilen? Für was denn? Ne ich hab nur noch 60 HP Das muss lang Das geht halt runter Ich hab so Adrenalin genommen Achso, okay Ihr dürft mir nicht ins Messer laufen Entschuldigung Aber wir können in den Aufzug ne? Achso Achso Wer ist denn jetzt? Lade nach Oh hinter mir Hier ist noch ein Medikit Oh ja, wo? Hier Danke Danke Nimm mich gleich mal im Aufzug Dauert denn lang genug? Dauert denn lang genug? Naja Gute Who the fuck is Alice? Ich direkt bei der ersten Ersten Mission direkt gestorben Dauert denn Halt mich Die brauchen ganz schön lange bis sie explodieren Sollten wir weg bleiben vom Feuer Da heil ich mich mal schön Oh nice Boah, die haben mir meine Dings geklaut Meine Meine Motor-Säge Falls ich denke, also mit der Motor-Säge Da hat die Leute entgegenkommen Wisst ihr bescheid, ne? Wo geht Zombies auf? Durch die Tür Ja, gut dass du das sagst Lade nach 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 Nein! Ah ja, da hinten ist der Schutzraum. Jetzt zu mal, bevor ihr da seid. Hallo Heidi! Oh, ich pass nicht durch die Tür. Türe zu, wenn alle da sind. Yes, 72 hier. So ein Lacker. Ja, und 5 davon war ich. Guck mal, Nahkampf, was ist hier da? Kevin Nahkampf, nix da ist. Der ist auch gar nicht so schwer, wenn man bedenkt, dass wir beide nur Nahkampf gemacht haben und er gar nicht ist. Schön, dass der NPC die meisten besonderen Infizierten getötet hat. Ja. Waffenladen auf dem Weg, da holen wir uns ein paar echte Knarre. Wie? Ich muss erst mal ne Waffe nehmen. Elektroschocker! Hä? Haben wir alles. Warte mal, Marvin, nehmen wir... Äh... Ich hab nichts mehr frei. Ne, warte mal. Hast du noch was vor Sarah? Nein. Ne, warte mal. Ne, hä? Aber ich könnt mich schon mal heilen. Was willst du denn? Warte mal, ich hab eben... Achso. Ja, ich hab grad Sarah gehabt, hätte ich im wenigsten Leben. Ich hätte auch selber eins gehabt, aber danke. So, jetzt hab ich 93. Also raus, oder? Lade nach! Lade nach! Lade nach! Passt auf! Lade nach! Achtung! Oh, ey! Na, oh, ey! Lade! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Na, oh, ey! Oh, oh, oh. Lade nach, la, 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 la! Was gucken wir jetzt? Ach genau, guck mal, jetzt holt ihn ich wieder einmal. Jetzt sehen wir wie ich vorhauf ins Polo gelaufen Guck mal wo der Video springt Oh shit Ich bin in Kotze gelandet Lade nach Digga Achtung Muss laden Scheiße Was bringe ich Schmerzmittel Dann kann Scheiß, hält Spisschen was mehr aus Ich kann die irgendwie noch nicht mal einnehmen Ich hab zu knallen, bringt gar nichts Ach so, ah Äh Schmerzmittel verbessern die Gesundheit kurzfristig Ja da läuft die Zeit halt, oder läuft wieder runter Ja Lade Äh Achtung Zack Lass mich, da kommt ein fetter zu euch hoch Hm Aua Hey, wo zerrt mich das hin? Da ist doch gar nichts, Bro Ja wir haben ja schon gekillt Oh ja Er hat gerade gesagt, wo zerrt mich das hin? Das ist nicht mal in seine Richtung gekommen Oh das ist wieder eine Kettensäge Na ja Splittergranaten Müssen wir denn hin? Nice, Splittergranaten Wuuuuh Wuuuuh Scheiße Wow Okay, wo bin ich jetzt hin gekommen? Krieger Krieger Kommt ihr da drin klar? Ja, ist gut Achtung, okay, ansonsten alles gut Lade nach Oh ich höre so'n Wie war der Name? Ich habe irgendeine Sprengladung zu mir genug Okay, was auch immer das hier ist Oh das war falsch Hey cool, ich habe jetzt zwei Pistole Also ich habe einmal das Schatzgeld und einmal normale Pistole Ja Achso, ja, Entschuldigung Kevin, ich glaube du bist falsch, oder? Widerleg Ne, er hat das Feuer gelegt Ah Ist einfach zurückgelassen Kann gut sein, dass ich dem jetzt draufgehe Jetzt nicht mehr so viel leben Lade nach Was soll das denn? Lade nach Ja, Entschuldigung Lade nach Passt auf Wow Trotz kommt mal Lade nach Okay Oh, Entschuldigung Jetzt habe ich nur noch 19 Haha Fuck Uncool Ich könnte nicht heilen Ich brauche Deckung zum Fahrt Lade nach Muss laden Oh, das ist jetzt einer, der einen packt Lade nach Lade nach Okay, ich höre was aber ich sehe nichts Sympathisch Oh, sorry, das war Coach Du ein beschissener Schütze Ja, hast du recht Kann man eigentlich auch irgendwie schneller rennen? Ich habe noch nichts gefunden Oh, hier brüchte einer echt eine Granate oder so Ich höre was aber auch immer noch ein Zeichen Was soll das denn? Ich mache mich hier Ich mache mich auf die Anhaltsspiel Ich mache mich auf die Anhaltsspiel Das ist nicht das Ich mache mich auf die Anhaltsspiel Ich mache mich auf die Anhaltsspiel Toll, das ist meine Muni leer. Nein, du auch. Ah, okay. Oh, ein Potter. Rucksack. Rucksack. Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, fuh. Oh, Molli. Regeln. Ich schieß doch gar nicht, ich hab... na, fick dich. Two. Two. Cool. Thank you. Oh, fuh. Hier sind Gewehre. Och, Digga. Was machst du denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, ich wollte schmeißen und ich stande dem Weg dann. Ja. Oh, Digga. Auf den Truck! Waffen! Oh. Ach! Ah, das geht auch. Das ist gut zu wissen. Verbandszeug! Sind wir von hier gekommen? Weiß ich, ist gar nicht. Moment, ich muss mich verarzten. Ernsthaft, ich hab mich selber... Noooo! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Einer, danke. Oh, sag ich doch. Kein Problem. Oh, das ist halt keiner da. Oh, das ist halt keiner da. Lade nach! Wo seid ihr eigentlich hin? Lade nach! Äh... Raus! Ah, hier runter. Deck mich mal! Muss mich heilen! Oh, ich bin schon wieder fast tot. Danke. Na, der Coach macht's auch nicht mehr leiden. Wo mag alle hier? Wie kann ich denn überhaupt jemanden heilen? Mit Rechtsklick, Entschuldigung. Linksklick. Ah, okay. Okay, ich hab ihn nur geschlagen. Ich hab wohl nichts zum heilen. Da geht's hoch! Ich seh halt auch nicht ein, die mir jetzt meinen... Mann, 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 Mann... Ich seh mal in Zeit zu... Ja, der rettet uns ja nur die ganze Zeit den Arsch, aber... Aber sonst gibt's da keinen Grund für. Aus der Schüssel mehr bleiben. Ja Marvin, bleiben aus meiner Schüssel mehr. Oh! Lade! Der Waffenladen kommt gleich! Lade nach! Lade nach! Scheiße! Schnell der Unterlauf! Lade nach! Lade nach! Ach, die sind schon tot? Okay. Lade nach! Lade nach! Sag mal! Bei euch läuft's, oder? Ich hab noch 38 HP! Alter Verwalter! Ich lade nach! Wir schießen jetzt auf Coach! Ich lade nach! Ne, dahinter waren den Tutsch! Achso, okay! Aus Frust! Oh, da gibt's wenigstens ein paar Keine! Oh, hallo! Oh! 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 I'm the red, white and blue! I'm the red, white and blue! das können wir uns auch noch blenden ja gut dann ähm was müssen wir machen ich hab gar nicht zugehört ich hab dem auch nicht zugehört ach die ist ein Dings kaputt man... äh... was ein sinnloser Raum Mami warum hungelst du so? Alter ich hab noch 38 HP ich sag mal davon sind Minimum 50 weggegangen und irgendwelche Leute oh ich bin hier glaube ich alleine ja aber wo bist du ist die andere Frage ich bin hier in dem Laden ich will die Cola haben ach so ich muss hier weg ich hole ihn eigentlich derweil die Cola ok du lenkst die einfach höchsten ab ok ich lauf so langsam dann ich müsste mich beschützen ich hab nämlich Cola das beste gut wo bist du denn da hinten? ich komm gerade aus dem Laden dringend oh nein alter ich werde ganz nett wenn ich hier ein bisschen Gap habe ich habe noch 23 ich will ja echt nix sagen aber ist Spaß blau 레 gas Kens ing mal Oh na b sa bar b tu phew tooooll jetzt hab ich Gott weiß was gemacht und mein Schiff knarre ist leer ja nur auf 10 hat viel ja wir kämpfen ja auch also Marvin wenn du möchtest ich kann die Schmerzmittel anbieten ja ich sterb wieder würdevoll ich hab ja noch ein Dings achso du willst noch nicht das geht durch und durch hey wir sind auf dem richtigen Weg nein nein ok noch 3 HP ich kann auch dir Schmerzmittel geben wenn du möchtest ah ist gut ich will sag mir mal ich soll das machen wow ach fick dich lade nach sind die feuer oh scheiße vorsicht Achtung was war das jetzt lade nach ups was ist das was ist das was ist das ich dritte nach wir werden mit aufstehen ok und jetzt geht weiter wow hm 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 scheint ja nicht viel los zu sein aber halt kein Leben mehr hier ich hab auch nur noch 3 HP bei mir ich hab noch 26 aber das geht halt jedes das ist ein bisschen blöd Schutzraum oh ja Medikit ich nehm das mal beim Zeug ach geil ja geil oh ja voll das ist weisch 95 und 100 was für ein Lapp mich in meinem Thema aber gut dass der NPC überall besser ist als wir guck mal wir wollten ihn sterben lassen guck mal der Witzjäger das war ich du hast ja auch aufgeschreckt das war dann fast das war dann verrückt aber ansonsten die Cedar muss hier irgendwo sein los zum Evac-Center und dann weg hier hat jeder einen Kid jup was wird sich eigentlich ins Snipergewehr wenn ich nicht ziehen kann das ist schon wieder geil ich bin mit 80 HP aus dem Ding rausgegangen und bin jetzt bei 67 das ist also ich will mich echt nicht beschweren also da kam schon mal die Meldung dass da ähm dass ich ausgeschlossen werde von deinem Kollegen meinst du? ausgeschlossen Entschuldigung das ist das ist das ist